Wir haben einen Zweischichtbetrieb. Wir haben Hochdruckanlagen im Einsatz. Zum Teil haben wir bis 150 Bar Hochdruck. Und eigentlich auf allen Maschinen sind wir bis 20 bis 30 Bar ausgerüstet. Sie soll möglichst Wartungsarm sein und die Filterleppzeit sollte so lange wie möglich sein. Der wichtigste Vorteil für uns ist, dass wir überall die gleichen Filter haben. Dass wir möglichst wenige Ersatzteile am Lager haben können und trotzdem immer die Möglichkeit haben, so schnell wie möglich zu wechseln, wenn mal einer verstopft wäre oder nicht mehr funktioniert. Wir würden den sehr weiter empfehlen. Wir sind bis jetzt zufrieden mit den Anlagen. Wir haben noch keine grosse Störungen gehabt. Wir arbeiten jetzt relativ lange mit denen und haben wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten noch keine grosse Berührungspunkte mit LNS. Wir sind zwar schon relativ lange Kunden von LNS durch Kratzförderer oder Stangenlader oder Absauganlagen. Ihr habt gegen eine solche Räger eingebrochen können. Wir arbeiten ebenfalls an der Kameraül Untertitelung des ZDF, 2020